Ja, das ist nice. Wann denkst du denn, kann man mit UACs in 1.16 rechnen? Ähm, also wie gesagt, ich will halt noch einen Test machen. Ich will noch ein paar Spieler ranholen, privat. Also, was heißt privat, aber so im Mindstream. Und dann, wenn es da lagfrei läuft, dann geht's ab. Alright, ich bin sehr gespannt. Ich habe gerade noch vorher noch ein Team Moria UAC gespielt. Oh, echt? Heute bist du in PvP-Laune, oder? Ja, so generell ein bisschen, ne? Also, ähm, ja, nachdem ich gestern, also gestern nach unserem Skywars-Ding mir so ein paar Calls reinziehen musste, Aua, 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 aua. Hat es mich ein bisschen gepackt wieder, ja. Ich streame hier voll lange, die ganze Nacht. Norris ist Zeuge, kannst du euch sagen. Ey, Mann, Jungs, chillt mal. Wäre ja noch eine geile Challenge, heute bisschen... Ja, heute geht hunderte Chiefs weiter. Meine neue Serie. Ja, Mann. Ey, Realtalk, ich sag's dir aber auch so, in allen Runden hat das grüne Team immer den selben Skin gefühlt. Und denselben Namen, und die kennen uns. Ja, also. Ganz komische Zufälle da. Und der C. Oh, ja, da kommt er, der ist motiviert, der Bidos. Tja, das überliegt sich zweimal. Oh, Dicker, die Menschen vom... Deren Bett ist schon weh. Uff. Wo gibt's eigentlich diesen Knockback-Stick? Bei Waffen. Ah, stimmt, ich kann da auch nochmal reingehen. Ach so. Okay, ähm, wenn du ein paar Blöcke hast, dann lass mal da weiter zu. Ja, hab, 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 hab. Grün oder was, ja, ne? Ja, die sind schon raus. Dunkelblau, ja. Genau. Ah, ja. Was denkst du, machbar? Ja, hi. Oh, mein... Aua. Dicker, der hat das überlebt. Aua. Insane, wer bist du? Die neue Maus-Abuse-Taktik, ja, man. Kennst du schon Maus-Abuse, Basti? Warte, hattest du nicht mit diesem zweiten Account? Mit diesen zwei Kanal, mit dieser anderen verstellten Stimme? Ich weiß gar nicht. Das war's nicht du, ne? A raten im Bios vielleicht, keine Ahnung. Nein, 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 nein. Hä, Basti, ich bin weiter. Ja, der zieht durch, komm, baus ab. Junge, du bist, was... Cheatest du gerade? Stell dir vor, ich würde jetzt rumfliegen. Nein, ich hab Badline-Client. Ja. Ich bin legit, ja, man. Hä, bist du bei deren Bad? Nee, ich bin gestorben. Ach so. Ich bin auch mal zu Hause. On my way. Er hat auch chillige Kämpfe, wenn die so einfach in der Luft stehen bleiben. Die holen wir aber, Basti, die holen wir. Ja, müssen wir, alles andere. Neulinge. Peinlich. Oh, 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 der hat mir einen guten Hit gegeben. Ja, oh, yes. Pass auf, der kommt noch. Ein Quadruppel-Hit in der Luft. Ich hole ihn mir. Oha, not bad. Wir sind halt beide low, ne? Ja, aber... All right, geh du links, ich rechts. Wir sind nie low. Ich le- Ich hab einen nochmal gekillt. Warte, ich kann Bad holen. Nee, ich kann nicht holen. Ich hab keine Schere, leider. Und zu wenig. Okay, sorry. Sehr stark, Basti, sehr stark. Das war schlau von mir, ne? Das war Teamplay. Oh. Nein, wir haben keinen gekillt. Egal. Weiß wurde von Dings abgebaut. Pam. Alles los. Mir kommt's so vor, als wenn wir halt echt gut spielen, aber irgendwie nie Wins holen, ne? Ich find jetzt auch nicht, dass wir jetzt schlecht sind, ne? Nee, ich find eh. Nein. Also, decent. Decent, decent. Ich geh mal mit den letzten blauen. Oh, nevermind, hier ist gelb. Nee, wir sind gelb. Okay. Ja, ich, äh, ich boh mich gerade zu Aqua rüber. Aber Aqua wird auch gerade von Pink geballert. Dicker, ist der dumm. Der haut erstmal so einen Fire-Chart voll aufs Glas. Also, es passiert einfach nichts, außer dass er brennt. Aber mein, oh mein Gott, Aqua ist ja komplett... Aqua ist krank, ne? Nee, komplett low. Achso, ich geh noch mal Dias holen. No joke, ich muss mir ein Fast Bridge-Tutorial nochmal angucken. Ja, mach mal. Hab ich mir auch schon gedacht. Wolltest du nicht sagen, dass du das mal machen solltest. Schreib's in die Kommentare, wer Norris schlecht ist. Hier, Dias, das ist die Protection-Rüste. Geil, Norris, nice. Geil. Nein, beim Skin-Code ist nicht den Kopf verändern, Leute. Ich hab schon gesehen, jetzt haben mir so viele Leute rote Haare gemacht. Also... Ah, jetzt hast du Rissen gekauft. Kann ich trotzdem holen? Ja, kannst du Pro 2 holen. Geil. Geil. Let's go. Ich komm zurück. Ender-Perle wird irgendwie auf unser Bett geworfen. Warte, was? Ja, no joke. Oder? Hast du die auch gesehen? Nee, aber es ist ein Grauer ins Void gefallen. Warte, ist der? Ja, okay, wir müssen vor Grau aufpassen. Ganz verwirrt. Okay, willst du Emirates abfahren? Oh mein Gott, Norris, ich hab ein ganz, ganz schlechtes Gefühl hier. Oh, dann bitte kein schlechtes Gefühl. Also erstmal gegen die Nut-Machine. Nimm mal du die Emirates mit und secure. Okay, ich mach. Ich hol alle. Oh, boah, ist die GHG, sorry. Ich hab nichts gehört. Ja, ich hab's auch nicht so richtig gecheckt. Ähm, Pink kommt über den weißen Weg zu uns. Über den weißen Weg, okay. Ich glaube, ich kann deren Beta bauen. Lenk Pink ab. Junge, Pink hat Obsidian. Okay, gg. Schütte den Pinken hier. Pink ist von einem anderen Stern. Die kraften gar nichts. Oh, oh. Na, okay, ja, na, ne, komm. Aua, 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 aua. Ja, gut war's sie. Bist du raus? Ne, ich bin noch da, aber... Ja, wir bauen Obsidian auf jeden Fall. Können die sich vielleicht einfach nicht killen irgendwie so gegenseitig? Das Campen wegbauen. Ja, müssen wir. Wir müssen uns irgendeine Base aussuchen, wo wir neues Lager aufstellen. Hast du Vorschläge? Ich bin bei... Wo sehe ich das? Ja, genau. Ich wäre bei grün. Zu mir kommt der graue. Ich muss in die Mitte. Komm zu dir. Oh, bei mir ist gerade ganz kritisch. Oh mein Gott, Basti. Ich werde gesandwiched. Fuck. Wir müssen jetzt grau holen, oder? Ja, müssen wir. Wo sind die? Ähm... Du siehst es oben an der Deko. Aber der ist tot, ein grauer. Okay, weißt du, grau ist. Wo? Die... Achso, da, ich sehe es. Mit dem Wasser. Oh mein... Norris, niemals. Also, die mit dem... Hatten... Haben die Obsidian? Ne, die anderen haben Obsidian, die pinken. Ey, die haben hier irgendwie so grünen Zauberspruch. Ja, das ist einfach ein Heepool. Damit kriegen sie Regenerationen. Oha, okay. Ja, der ist bei mir. Geh, Basti. Norris. Ich bin bei grau, ne? Und hier ist die maximale Bauhöhe. Was machst du denn da? Ich habe ihn aber mal gehittet. Norris, bau dich bitte hoch. Bau dich safe. Ich komme jetzt. Ich bin maximale Bauhöhe. Mach hier gerade alles. Aber es ist nur noch der eine. Junge! Ich bin unsichtbar. Oh mein Gott. Okay, dann lenke ich ihn ab. Dann lenke ich ihn ab, Basti. Dann mache ich das weiter hier. Ja. Er ist noch voll auf mich. Ich bin unsichtbar? Er ist noch immer auf mich. Noch immer komplett. Ich höre, was er macht. Schade, das Update, damit ich weiß. Hab's. King. Und jetzt hole ich ihn mir. Du Loser. Weg mit ihm. Ich brauche dich jetzt aber unten auch beim PPP ein bisschen. Da ist einer, Basti. Ich hole ihn, ich hole ihn. Das ist noch ein grauer. Der ist weg. Tschüss. Okay. Alright. Weiter raus. Jetzt nur noch P... Wie sieht dein Stuff aus? Bist du zufrieden? Tierrüstung. Ja, Eisenshirt wäre noch geil. Okay. Ich mache noch bessere Picke. Habt ihr Picke? Ich habe auch OP-Picke und alles. Alles richtig krank. So, ich gucke noch wegen TNT gerade. Nee, TNT würde nichts bringen. Die haben Glas und so. Ah, okay, okay. Aber ich habe wieder Speed und Invis. Ich lenke ab dann. Jo. Brauche ich kurz einen Schluck. Bin da. Warte. Oh, der hat mir einen bösen Hit gegeben. Hab ihn. Schön. Mach Comeback. Jetzt einfach durchraschen. Ich bin auf Speed. Ja. Ja, ja, ja. Let's go. Komm auch. Wenn die keinen Fire Charge haben. Ich lenke ab. 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 Okay. Okay, der ist in einem anderen Universum gerade. Habs. Tot. Also er. Kann ich jetzt noch respawn? Ja, ne? Nee, finaler Kill. Leute. Einer. Die Nappen. Ich halte die Nappen. Hast du Fire-Ding? Erst mal den B-Kidding wegbauen, dass er nicht irgendwo hingehen kann. Und dann haben wir gewonnen. Ja, okay, okay. Tanz. GG. Wir müssen tanzen. Bam, bam, bam. Oha, was geht denn bei dir? Ach so, ja. Der will. Ja, wir können das selber. Geile Runde. Geile Runde. Let's go. Let's go. Endlich. Ob will oder nicht. GG's flücht. Ja. Und ab in die nächste. Party leave. Tschüss. Junge, Moritz has no life. Warum klingt das so krass deutsch? Hey, Moritz. Moritze. Als ob irgendein Ami seinen Account Moritz has no life nimmt. Der meint bestimmt anderen Bastik. Analysieren. Ich gucke nicht mehr. Ich hieß früher GHG. Naja. Lickl. Warum? Okay, es ist eine Slow Map. Heute langsames Spiel. Okay, machen wir. Ich muss mich jetzt fokussieren. Ich mach den Zylinder nochmal. Ja, das ist deine ausgeklühlte Technik. Oh man. Wen haben wir den ne... Oha, Basti. Der hat Bock. Ja, aber wir haben mehr Bock. Hat er zufälligerweise Badline Cosmetics? Flex. Ja. Was hat er sich denn gedacht? Ah, beide? Du kannst weiter. Zieh durch. Zieh durch. Komm. Flex. Ich ziehe. Die haben nicht mal Bad abgebaut. Ich schlafe da heute. Ja, Mann. Ich zieh die Bettwäsche ab. Oh, jetzt. Ich höre die. Wo sie dir, Mann? Oha, die sind motiviert. Leck, leck, leck ich. Internet, hallo? Hallo? Der eine weg, der andere weg. Come on, zack. Jetzt kommen, schaden es und jetzt direkt Prod 4. Let's go. Geht direkt weiter zu weiß. Direkt. Wie gesagt, ich gehe zu weiß. Schaden es Incoming, Support. Oh, geil, geil, geil. Ich warte noch auf Gold und dann rüber. Schaden es. Sauber. Come on, Alter, Leute. Das ist doch das, was ihr sehen wollt. Kommt. Einer ist down, aber hier ist noch ein Türkis, ne? Er holt sich das Bett. Ich finde es so schön wie absolut spektakulär. Ich würde es halt immer so sagen, so. Wir brüllen richtig. Einer ist down, aber... Weiß ist down. Irgendwie sponnt hier so ein Squid und... Ja, das ist sein... Das ist ein Kosmetik. Noch Türkis. Es ist Jeet mit Melko. Wo bist du eigentlich? Ich gehe nach links zu Rot. Uff, die Aufteilung. Aua, weg mit ihm. Weg mit Rot, hab's Bett. Sauber, weg mit ihm, hab Türkis. Real Talk, auch keine Zeit, ne? So wirklich Termine und so, Jungs. Keine Zeit. Ich will noch Matthias. Noch safe. Hab einen Roten. Komm, na, ist schon gelangweilt, ne? Ja, man merkt es schon an meiner Stimme, ne? Och, Mann. Ja, ich hab schon gar keinen Bock mehr. Ich suicide mich schon. Ich hole beide. Keine Zeit. Komm, hab Dings. Ich wollte schnell zurück zum Bett, deswegen. Ich hab nicht mal Goldrüstung. Momentan ist ganz, ganz hart bei mir, ne? Meine Stimme gefühlt. Ich muss mehr... Ich trink zu wenig. Real Talk, ich glaube, ich trink zu wenig. Du musst mehr einölen. Ja, ja. Die ist ganz, ganz komisch. Oh. Ja, jetzt dieses Wasser mit Geschmack. Hey, der Rot, wie kann der Rote noch leben? Ich bin mit Türkis. Oh mein Gott. Keine Zeit. Ja. Basti, G, H, G. Ja, so heiße ich. Ich bin schon. Aber wir haben das Bett. Remember the name. Uch. Ach, sowas klingt cool, ne? Remember the name. Okay, ich würde es mit Grün aufnehmen. Alleine schon wieder. Wir, Basti, wir spielen gar nicht mehr zusammen. Brauchen wir auch, aber nicht. Ich bin tot. Ey, bei uns ist auch Zauberspruch schon wieder. Wie? Es leuchtet so, Grüne. So, ich habe hier ein cool Gold. Ich glaube, Grün wird von links kommen. Von links. Ja, okay. Dann gehe ich links. Ja, beide Grüne. Kommen Sie? Die kommen. Aber kein Problem. Ich mache beide. Ey, ist noch einer. Bist du hörst du? Ich hoffe doch. Ja. Oh mein Gott, er hat mich genommen. Ähm, warte, ich komme. Fuck, Mann. Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Hab ihn? Geil, geil, geil. Der andere kommt, jetzt Safe-Core-Verzweiflungstat. Ich bin da. Löst du auch. Okay, der ist über dir. Ich bin beim Bett. Aber der ist über dir. Sag, wenn er kommt. Der, er spielt mit Axt. Nee, dann. Doch nicht. Hab ihn komplett. Also, das ist ja... Nehmen die uns nicht ernst. Was? Wo gehen wir hin? Grün, ne? Nee, Chookies. Ja, Safe-Core würde Chookies dann auf uns gehen, ne? Ja, aber Juck, die haben auch kein Bett. Oh, true. Ich pushe Grün. Ja, verstärkte Rüstung zwei. Mach was Verrücktes. Komm, Junge. Komm aus dir raus. Fahr mal aus dir raus. Komm. Gaming ist nicht erlaubt. Ich sag ja, Bad Wars hat viel mit Atmung zu tun. Man steht mir vor, ich würde... Mehr Atmung ist wichtig, ne? Fuck, Mann, Basti. Ich bin blind. Why? Ich weiß nicht. Auf einmal, ich bin blind geworden. Ach so, es gibt auch so einen Debuff. Fuck, Mann. Lass es raus. Wir müssen zusammen angreifen. Ja, wir müssen mehr atmen. Puh, das. Luft anhalten. Erst wieder, wenn du bis zum Kill gemacht hast, darfst du erst wieder Atmung. Neue Challenge. Die CO2-Challenge, ja, Mann. Wo bist du? Deren Base, aber leider dead. Okay. Ist der Debuff für immer, oder? Nur einmal. Nur einmal. Ich habe es überlebt, ich weiß nicht wie. Okay, ich komme, ich komme, Basti. Ich habe den einen grünen hier. Ich habe mein Schwert gejobbt. Ei. Mann, das geht so auf meine Kappe. Okay, die hocken jetzt beide in der Base. Schneller meiner zwei. Digga, Aqua schießt ganz verzweifelt Fire Charges. Norris, kannst du von der einen Seite kommen? Das wäre jetzt wichtig. Komm mal, ich bin von wo du hergekommen bist. Okay, sehr gut. Guck mal, die sind nur fokussend auf mich. Die haben Fire Charged. Ich bin da, Basti, ich bin da. Ja, ich komme. Der eine ist ultra low. Hab ihn. Oh, der gibt mir gute Kombo. Was? Aua, aua. Der ist low aber. Hab's mit. Den hast du. Ja, und Türkis wird ganz einfach. Hab beide. Sauber. Hast du auch noch einer oder kam noch ein Türkis? Oder ist er respawn? Ne, ich habe beide. Ich habe das Team, beide. Ja, ich gehe direkt zur Türkis. Komm mal raus. Kriegt das Ben? Ist einfach so. Immerhin, wenn irgendwas in Minecraft passiert. Ben. Komm, Ben. Jürgen, das ist für sich jedes Mal so falsch an, wenn da irgendwelche Minecraft-Clips und so kommuniziert drin sind. Aber ich glaube, Ben ist ein Minecraft-Arze. Ben ist, glaube ich, Safe-Call. Das ist ein richtig. Ich glaube, Ben war früher ein richtiger Minecraft-Arze. GHG, ne? Moin, bin der Ben. GHG. Oder? Bin bei Türkis. Ja, ist der? Ist Ben ein? Ah, ich wusste es. Ja, die Minecraft-Arze. Überall sind sie, die Minecraft-Arzen. Hat er gespielt? Was war das? Boah, gute Frage. Weg mit Türkis. Wir haben uns sogar noch ein Bett, ne? Fällt mir auf. Ja, willst du den holen, Basti? Für Ben, oder? Also, ich lasse dir den. Also, was machst du gerade? Also, ich komme rüber, langsam. Achso. Hey, wo warst denn du? Oha, erst mal einmal um die komplette Map. Ich habe noch die grünen gekillt. Ich bin da nicht gestorben. Achso, achso. Ja, ist hier auf jeden Fall. Ja, Basti, von hinten, ne? Komm. Troll ihn. Mach komme-Mode. Oh, oh. Lol. Das ist, oh, lol. Basti. Ähm. Basti. Ich hätte ihn einfach killen sollen. Oh mein Gott. Er hat halt unser Bett. Ja, aber egal. Aber meine Zylindertaktik. Komm, auch direkt. Aua, weg. Aua. Wo fliegt er dann hin? Lass mal jetzt nichts riskieren. Was hat er geschrieben? Bist du der echte Bossi-GG? Nein. Layla. Ich bin Layla. Der Smiley. Ja, aber das ist halt ein Smiley. Geile Runde. Es läuft. Hier geht's, Schatz. Oh, der hat sein Skin selbst gepixelt. Lolosti. Der war... Lolosti, der hat da selber designed. Nein. 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 Vielen Dank.